Mach mit bei Das Supertalent. Das ist wie ein Traum. Ich feier uns so, wie wir sind. Wir wollen dich. Wir sind keine Reus oder Kicks. Ist das cool. Du bist das Highlight. Komm zum offenen Casting. Nach Köln am 27. oder 28. April. Nach Hamburg am 30. April. Nach Frankfurt am Main am 5. Mai. Seid dabei. Es wird spannend, ich schwör's euch.